Hallo und Willkommen hier wieder zu neuen Link-Monstern, und zwar zu Kuliport, dann Glärde Türengeheuer, Burning Abyss, Licht verpflichtet, Christen und dann noch diese komischen Drachen, ich weiß jetzt gar nicht wie die heißen. Gut, das Kuliport Genius braucht zwei Maschinen-Monster, Maschinen-Monster, das ist ja eigentlich auch schon ziemlich gut, ist eineffekt von, also ist unberührt von Zauberfallen-Effekten und aktivierten Effekten anderer Link-Monster. Einmal beim Spielzug, man kann eine andere offene Karte kontrollieren und eine offene Karte des Gegners kontrollieren, bei den Effekten negieren, also die eigene Kuliport-Karten dann vielleicht auch, dann haben sie wieder mehr Angriffen und so. Und bis der Ende dieses Zug ist, und wenn zweimal zwei Spezialbeschwerungen mitgeschoren werden, diese Karte, also auf diese Karte Zeit, auf derselben Zeit, also Pendelbeschwerungen eher mehr, man kann einen Level 5 oder höher Maschinen-Monster von Deck in die Hand holen, um dann gleich vielleicht zu Tributen und hinzuspielen. Dann Gladiator-Beast Draga-Jews, okay, braucht zwei Gladiator-Beast-Monster, ebenfalls links unten, rechts unten. Man kann hier, wenn ein Gladiator-Beast-Monster, was man kontrolliert, angreift, es kann weder zerstören, also kann nicht durch einen Kampf zerstört werden, und der Gegner kann keine Effekte aktivieren, bis zu einer der Damage-Step, das ist auch ziemlich gut. Und am Ende der Battle-Phase, wenn diese Karte angreift, man kann diese Karte ins Extratek zurückschicken, und zwei Gladiator-Beast-Monster mit verschiedenen Namen vom Main-Deck als Spezialbeschwerung beschweren. Auch jetzt nicht so schlecht, typisch Gladiator-Ungeheuer halt. Dann, Cherubini, Black Angel of the Burning Abyss, wieder braucht zwei Level 3-Monster, dann Monster, diese Karte zeigt, du kannst ja nicht zerstört werden durch Karte-Effekte, schon mal sehr gut. Okay, es hat nur 5-5-Mit-Angriff. Wenn diese Karte am Welt zerstört werden würde, kann man stattdessen eine Karte von, also wenn man kontrolliert, in den Friedhof senden, das ist dafür wieder gut. Und man kann ein Level 3-Monster vom Deck in den Friedhof schicken, dann ein Burning Abyss-Monster, das man kontrolliert, und das man so bekommt, Angriff und Verteidigung, wie das, was man heute weggeschickt hat. Auch ziemlich gut. Für Burning Abyss ist das, glaube ich, eine sehr gute Karte. Dann hier das Lichtverpflichtet-Monster. Es hat ebenfalls da wieder, ah nein, es ist das Licht 3, es hat einmal hoch auch noch. Dann es braucht drei Monster mit dem selben Attribut, aber verschiedene Tüten. Und hier, wenn diese Karte link beschweren wird, man kann eine Karte vom Deck auf Friedhof-Sick schicken, also vielleicht Fuß oder irgend sowas. Wenn diese Karte ist vom, also, wenn Karten sind, werden vom Deck auf den Friedhof geschickt durch Karteneffekte, darf man die obersten drei Karten vom Deck auf den Friedhof legen, also, ich denke mal, dass das dazu zählt, also viermal schon auf den Friedhof schicken. Wenn diese Karte das Feld verliert, verlässt, durch einen gegnerischen Karteneffekt oder durch einen Kampf, man kann dann eine Karte im Friedhof wählen und es der Hand hinzufüllen. Das ist nicht so schlecht. Ich weiß, ob es Regeki oder irgend sowas ist. Gut, dann das Christen Needle Fiber. Ähm, auch wieder braucht zwei Monster, aber es inkludiert ein Tuna Monster. Obwohl bei Christen ist es jetzt nicht so, der Nachteil, ich meine, es sind hier ziemlich viele Tuna Monster. Okay, wenn diese Karte ist, Link bespürt, man kann 1-Nv3-Empfänger-Monster von der Hand oder Deck in die offene Verteidigungs-Situation bespüren, die Effekte sind dann aber annulliert. Also nein, in diesem Zug kann es nicht die Effekte aktivieren. Und während der gegendrischen Min-Phase oder Battle-Phase man kann diese Karte verbannen und ein Empfänger-Synchro-Monster von Extra-Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Okay, und es wird als Synchro-Beschwörung behandelt. Und dann haben wir noch Hier-Oretic-Seal of the Chalestral Spheres. Zwei Drachen-Monster braucht es einfach nur. Es wird auch nicht gut, weiß doch, wo das so ist. Okay, einmal pro Spielzug während der gegendrischen Runde kann man diese Karte in Extra-Monster-Zone also wenn die in der Extra-Monster-Zone ist, man kann ein Monster als Tribut umbieten, was man kontrolliert oder in der Hand und eine offene Karte vom Feld in die Hand schicken. Okay, ist nicht so schlecht. Wenn diese Karte ist als, also ist Tributet darf man ein Drachen-Monster von Hand oder Deck als Spezialbeschwörung beschwören, aber die Angriff-Verteidigung werden zu Null. Kann man das eigentlich auch bei einem weißen Drachen-Deck gut vorstellen, diese Karte da. Okay, und das war's auch schon wieder dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.